Also liebe Fans, schöne Grüße von mir und Jacques. Im Fanshop gibt es diese schöne Kaffeetasse und dieses Frühstücksbrett sehr günstig. Diese zwei Exemplare werden wir für euch unterschreiben. Und da es Weihnachten ist, setzt IKK noch einen drauf. Da gibt es einen Glücklichen, der so eine Polauer gewinnen kann. Frohe Weihnachten! Und Merry Christmas to everybody and thanks for the support.